so leute willkommen zu let's play super fachig aus dem ich brauche ich hab's geschafft er hat mich nicht mehr reingelassen nachdem er als wir gegessen haben natürlich wieder halbe geschwindigkeit 80 sekunden nachdem wir natürlich gegessen haben und er schnell fertig war weil ich mir danach erst mal was zuerst machen musste in der letzten aufnahme hatte es ja schon fertig er gespielt hat mich nicht mehr anlassen das sind bestimmt schon wieder alle meine ja okay ja meine sind ja alle schon wieder gelöscht worden seit wem wir das glaube angefangen haben sind wir nicht rausgegangen ist alles noch im selben stil echt ja aber sind am anfang eigentlich typisch sind natürlich wieder meine ja deine sind hängen geblieben wir haben mich schon kaputt gemacht aber jetzt muss er den final boss machen habe ich den ersten eigentlich gemacht ja den ersten den habe ich gemacht das war der erst das war dieses kettensägenviech ja den hast du genau dann passt das ja ich mach den hat den ersten gemacht muss den letzten immer der letzte immer der letzte immer der letzte immer der letzte das war richtig wir haben das schon tausend mal gemacht aber ich glaube die eine sieg ist kürzer deswegen wird das noch geklappt weil jetzt rennt man einfach da nicht bei der stelle weiß ich denke so gut gut dann können wir jetzt auch ein kleider machen da ja 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 und der boss dr fetus das gibt es die fest euro Oh nein, bitte nicht, dann ist überall Fleisch. Und ich leb doch sowieso wieder. Das ist das geilste Video-Sequenz. Ey, das ist ja wirklich so. Das habe ich ehrlich nicht gewusst vorher. Geil. Geil. Ja, das ist irgendwie klar. Now I'm going to rage you. Rage? Now rage. Er is shoot with rockets, I think. Hidbo? Oh. Oh. Er schießt mit Raketen auf dich. Das ist ja wirklich. Aber er ist langsam. Er geht nicht, er ballert. Nee, wahrscheinlich ist das wieder genau, nein, der kommt noch von her. Ähm, wahrscheinlich ist das wieder genauso wie beim Fleischtypen, dass er im normalen Play, weißt du, ganz normal rennen würde. Genauso schnell wie man selber ist. Ich will die Sklappen sparen. Ihr könnt auch schon. Wow. Der folgt nicht da ab, wo ich bin, was ist das? Ich muss ja hier schnell sagen, vergessen. Oh, stimmt ja. Da würde ich ja einfach an die Ecke hin. Aber warum einfach? Oh, was? Die verfolgen ja. Ja, das ist ein ganz normaler Misser. Oh, Mann. Ich bin voll raus seit dem BAM Level. Seit dem BAM Level bin ich voll raus. Ich bin voll raus. Ja, auch wenn man ihn mit dem Controller zu raven. Nicht noch nicht. Dein Knopf ist schon kaputt. Meiner sollte den Knopf kaputt gehen. Wow. Ich muss schneller sein. Ich weiß. Ich bin aber putt gegangen am letzten Level. Ich nicht. Du warst auch putz, als du dein Level machen musstest. Ich weiß. Okay, jetzt weiß ich, wenn ich dazwischenleifen muss. Nachdem die erste Rakete gekommen ist, wenn die da auseinanderletzt wird. Nicht, dass die gekommen ist. Oh, ja. Ne, das ist doch mal zu viel. Ich bin bei einer Wagen. Okay. Bei Wagen. Da. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Das war für mich dazu. Ja, ich hätte keinen Timing mehr drauf. Ich gehe jetzt seit dem Level legen. Ich kriege keinen Timing mehr drauf. Letzter Boss. In der Story. Wie weit ist das denn? Der. Nicht Haupt-Story. Also davon habe ich die Haupt-Story. Aber nicht 100%-Story. Und eigentlich rüber, aber da musst du doch nach alem anfangs schnellerer sein, also äh. E.F.I. Nein, das tut nicht weh. Und natürlich tut es weh, hier zuzusehen. Natürlich tut es nicht weh, mir zuzusehen, weil ich einfach aus Prinzip gut bin. Wie soll man da? Von der anderen Seite. Dings. Boah, die kommt ja jetzt. Auf einmal so schnell. Auf einmal so schnell. Hey, man kann es ausweichen, glaube ich. Dass die könnten irgendwie an einem vorbeigehen. Ich glaube es nur. Nicht versuchen, keine Experimente machen. Wieso keine Experimente machen? Das ist genauso wie die scheiß Bandage, die einmal war. Die Bandages. Die Bandages. Ja, dieser fiese ist eine müsste schneller sein und mit mehr Raketen auf die schießen. Und um eigentlich. Das ist ja so wie er jetzt ist. Langsam und schießt mit genauso vielen Raketen zwar auf dir, aber langsam. deutsch ist gut ich habe deutsche weiter das kurs und erweitert dies kurs muss in der ich habe mich wie lange das noch gehen soll ich meine nicht so dass die part sondern das level an sich wie viele stellen noch kommen ich weiß nämlich wann ich abspringen soll weil eine kette ist im weg da ist die andere im weg und schneller sein als eben kann ich nicht wollen da an der rante halt das ist meatball chainsaw massaker wer weiß woher ich den etwas der original titel des veränderten titels den ich gesagt habe also wie heißt es wirklich ich glaube ich hätte nicht sagen sollen wir machen heute weil ich das nicht hätte das gesagt wenn du hast es heute gesagt wird gestern wenn sie auch direkt links das ist jetzt doch es umgekehrten parabel flug machen das wäre es gewesen nein der ist da ja nicht hoch der ist nicht geglitscht ist der hätte es aber auch im sprunger liegen laber durch man tust du mal dafür wofür du bezahlt wirst ja ich kriegte gar nichts weil du halt keine gute arbeit leisten ist aber ich würde ich ich komme vom job ab kommt vom job ab das wäre es das ist wirklich nicht hier geht es sind immer so schwer und verreckt ja es ist einfach gleich schwer ich habe auch noch etwas süßes hast du auch noch etwas süßes? ja ja Nervenhauer kann ich gebrauchen ich glaube aber warum werden wir eh nicht gut jetzt bin ich bei mir zuhause wenn ja ich bin zuhause süßes ich bin zuhause 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 mhm unten sieht böse aus und vor ich wollte da an die andere Seite aber wir springen oh ich weiß gar nicht wo ich da hin soll nur unten irgendwo wo ich bin wenn ich von Anfang an unten bin sieht sie böse aus ich habe gerade irgendwie Bock auf das Wort in no sin ich werde mich nur einmal einloggen ja locken ich bin auch ein Ballybar und verlastet ja aber pfff du kennst die Wahrscheinlichkeit ich bin dabei ja ja und deinen nächsten Monat nicht vergessen jeden Tag immer noch jeden Monat jeden Monat ja aber auch nächsten Monat ne 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 das ist ja vorbei also ja hat er 100.000 ja ja komm schieß ja das bin ich gut gebrauchen ich bin immer arm ich kann es auch gut gebrauchen wieso könntest du das denn gebrauchen damit ich auch endlich mal was ausgehen kann ich habe dir gesagt wie ich nicht habe ich habe dir gesagt wie ich nicht habe nur 100 1000 was was ich habe gerade mal 2000 ich habe gerade mal 2000 ich habe gesagt ich spare auf Katzen soo ich kann es äh weil ich meine netten Revo haben will plus äh fastpack ja was du willst das machen hast du oh 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 ne den habe ich nicht den habe ich noch nie gehabt auf keinem account ne ne permanent Revo plus irgendwas ich habe nur permanent Revo 5 oder 7 mal plus eins du kannst du mir ja jedenfalls kann man leider nicht ich finde das scheiße das meine Wolle Sachen nicht geschenkt ja das ist aller Playa was erwartest du das war jetzt ein scheiß Gefühl das war aber ich nicht mehr so viel ich weiß wie ich bin ja das wäre jetzt genug ja ich hatte mich so hoch in die Höhe ich hatte mich so hoch in die Höhe ach maaaann das level ich aber jetzt wirklich nicht mehr ja 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 aber langsam geht auch die Lust auf mich bei Verloren oh ja wegen diesem letzten Level jetzt oh ja wir hatten zwar off-screen über was geredet aber das sind dann so Sachen so reiten sich nicht so für das Play weil man auch währenddessen der Musik hört und das lockert dann auch so bei mir hab ich keinen Bock nerven also richtig ich kann auch mal das nicht mehr ich will auch mal das nicht mehr ich will auch mal das nicht mehr ich will noch weiter kommen als ich eben gekommen bin wenn du dann schläfst das nicht mehr dann schon ansonsten und dann gibt's die Rache für den letzten Boss den du mir geklaut hast beim ersten Versuch ja jetzt machst du das hier auf der ersten Versuch ne bestimmt weil ich so dass das letzte schwer ist und nicht jetzt wird die Unlogik wieder an im letzten Part auch schon oder auf Screen wo Alex gespielt hat ich gehe auf eine Kante zu ohne zu rennen und fliegt Meter weit ja eben ist er obwohl ich gegengelenkt habe weitergeflogen tja ja vielleicht sind das aber auch Mechaniken von denen wir nichts verstehen schon wieder schon wieder wir sind keine Hauptschüler Och wir sind Hauptschüler hust hust wir verdienen unser Geld mit YouTube wenn wir mehr haben du verdienst es nicht du verdienst es nichts mit YouTube du verdienst es durch mich verdiene ich was? nein ich verdiene ja gar nichts daran du verdienst was immer in ner Kommentierreise du hast schon was verdient die Schulden ja cool dass ich das auch mal erfahre achso und dann nimmst du immer so 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 ja ich kann ihm das ja nicht sagen dann denkt der so er hat weniger Schulden bei mir ne wir haben ja eh aufgehört zu zählen ja bei 150 oder so ja das ist ein bester Freund ich lebe mir vor 150 wow wow wer hast du es geschafft? wer hast du es geschafft? du bist gleich durch ich weiß nicht wie ich er ist übrigens jetzt dran da kann man nicht gut phew 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 ja so wurde ich noch nicht geduldet du siehst wenn er hoch springt dann schießt er ich sehe ihn ja nicht wow ja weil du da nicht so stark bist wow ich bin grad ich kann da ohne gefallen und in der Luft springen das kommt nicht so weit ohhhhhh ich hab das noch nicht gesehen wie ich da wo sein muss ohhhhhh geht alles zu schnell n GEKTENZIEKE petite den offended lalalalalalalalalalalalalala Frrrp ich bin weg NEIN Tick zu früh, aber nur ganz minimal, ich weiß nicht. Okay, ich hatte nicht springen müssen. I'm a ninja! Ich vergesse das auch immer wieder. I'm a ninja! Ich will's nicht machen scheiße, ich weiß. Ich bin aber überlegen, ob man da unten an der Ecke die ganze Zeit springen kann, bis die Kennzeige vorbei ist. Das wäre älter wie der Schnee-Degel. Willst du zufrieden? Willst du zufrieden? Ja, aber ich glaube die Kante da ist so gedingst, dass es nicht geht. Warum funktionierst du genau? Warum probierst du das überhaupt aus mit zwei Maschinen? Eins reicht doch. Ich muss nur mal konzentriert sehen, wie das da am Ende aussieht. Aber konzentrieren kann ich mich nicht mehr. Ja, eins, drei, drei, drei. Meine Konzentration ist zu lang. Doch! Nicht! Nein, ich schaff das, meine Konzentration ist auch weg. Darf ich nochmal? Ja. So. Spring. Hast du was gesagt. Wow! Leute bei Game. Was? Oh Gott, wir sind so schlecht. Ich würde sagen, wir machen das irgendwann anders, wenn du unsere Konzentration wieder da hast. Ja! Später, 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 später. Ich starte schon mal die Sicherheit. Sicherheit auf meine... Manier. Zu sehen auf meinem Kanal. Nennst du das dann auch Honey Rippercut? Nein, Rippercut und Honey. Weil sie auf meinem Kanal ist halt. Ja, okay. Das ist eine gute Idee. Ich sehe, war nicht kein Lippe. What? Ich hab' mir nicht mehr. So, jetzt kann ich mal... What the fuck? Okay, ich könnte... Ich könnte jetzt... Guck mal mit... Ich könnte jetzt hier rechts an der Wand vor mir runter gehen. Nach... Äh... Dann... Wenn ich da so an der Hälfte vorbei bin, nach links drücken, damit ich an der anderen Wand bin und dann rüberspringen. Ich sehe aber nicht, welche Kettensäge davon weg geht und welche nicht. Tut doch nicht. Er will nicht weg von der Wand. Ich hab' ausgesehen. Schwung oder doch. Aber jetzt weiß ich ungefähr, was man machen könnte und das probieren wir jetzt noch aus. Oh Gott, ist das... Kacke. Man merkt auch, dass unsere Lustpflanze runter geht. Oh ja. Welche Lust? Wir hatten Lust am Meatball? Oh ja. 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 Ich weiß, was ich da machen muss. Gut. Ich hab' nicht hingeguckt. Ich hab' nicht hingeguckt. Ich hab' nicht hingeguckt. Nein! Nein! Hier kann man richtig geil ausweichen, um die Kettensäge... Oh wie geil. Das mache ich. Und ich muss da erstmal runterkommen. Alter, ist ja richtig einfach, wenn man weiß, wie es geht, wo man lang muss. Alter. Das selbe packe ich. Meine Laune ist wieder gut. Nein! Wow. Nur weil ich es rot machen wollte. Wieso ist das jetzt so? Hä? Warum ist die Kettensäge, wenn ich da, ähm, ranspringen wollte, auf einmal... schon fast in Todreichweite, weil normalerweise springe ich, wenn es gerade weg ist und dann, äh, bin ich dann vorbei. Was? 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 Ich weiß nicht wieso, aber da war eben mein Hirn ausgeschaltet. Okay, die Laune ist nicht mehr da. Das ist aber so einfach. Wow, wow, wow. Das war knapp. Ich kann das nicht mehr, der landet nicht mehr da oben drauf und dann habe ich alles fake. Oh Gott, der labert auch nicht. Das nervt mich. Würde er labern, dann würde ich besser spielen. Wer ich? Ja. Sorry, ich bin gerade hier wovon umstehen. Ich weiß. Aber das ist immer richtig abfahrt. Ich gebe mir noch fünf Versuche. Nach diesem Tod. Das heißt, wir haben noch sechs. Ja. Fünf. Oh Gott. Oh je je je. Immer nur Ton ist egal. Original kommt so umso besser. Nein, das wäre ja insert-serkasum-autig so. Ich will nicht hier versuchen. Ey, ich kann nichts dafür dieser Tod. Der ist eben zuge-slidet und ist da dann auch nachgeslide, weil er geslideen ist. Und sliden ist ein Sleiden, wie ein Slido. Und dann wird ein Sliden geschlissen. Nicht so ein Wiedernzünderlicher. Ja, nicht so geil wie Knägen. Knäten, Knägen, Knint. Knäten? Ich weiß es nicht mehr. Knäten, Knägen, halt. Knäten, Knägen, Knint, knuffig. So. Boah, das war bei mir zu hoch. Warum grenzt du nicht von der Wand runter? Ich drücke die ganze Zeit nach links. Ah, ich weiß nicht wie man das da machen soll. Wenn er da nicht runter geht. Wow, mein Einsatz wird sich wieder verpeinern. Oh, Mann. Was kotzt da? So, letzter Versuch. Wenn ich richtig gezählt habe, so unter Bewusstsein. Ich will da aber nochmal hin. Was? Das Level ist Intus, das ist viel zu einfach. Ne, ich meine, es ist einfach. Du musst es nur von der Steuerung her hinbekommen. Theorie einfach. Hä? Ne, ich find da so. Voice-over. weil ich eben Time-��� deplenmette. Ich bin irgendwie viel zu müde weiter, obwohl, keine Ahnung, das sollte ich eigentlich nicht sein. Ich hab genug geschlafen und es ist noch nicht mal nachts. 1, 2, 1, 2, GO! So, und jetzt warten. Söderley. Auf einem Rente. Leute, ich sag, bis zum nächsten Mal. Wenn wir etwas mehr Lust haben. Konzentriert und Lust haben. Das Level da eben das eine, das vorletzte vom Boss. Das hat uns echt Nerven gekostet. Bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, wie lang der Part geht. Wahrscheinlich nur 20 Minuten. Mal wieder Normallänge. Eine Stunde oder so. Nein, das Level nicht, aber das Level für 31 Minuten. Das war für die Stunde. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und Chats. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss!